Seid gegrüßt, Freunde Eine meiner Quellen ist ein wohlwollender Außerirdischer. Sein Name ist Mephysik Vefix Diese Botschaften wurden abgeleitet von persönlichen Treffen, das heißt sie stammen in keinerlei Art und Weise von Channelings. Botschaft Nummer 15 Thema Schwingungsfrequenz entscheidet über den Ort der Inkarnation. Mephysik Vefix Jeder Planet besitzt ein bestimmtes Strahlungsfeld, was sich in seiner Entwicklung ständig ändert. Viele bezeichnen dies als Aura des Planeten. Auch die Menschen schwingen auf einer bestimmten Frequenz und strahlen diese Energie nach außen hinaus. Nach dem Gesetz der Resonanz sorgen die Strahlungsfelder der Planeten dafür, dass menschliche Rassen mit derselben Schwingungsfrequenz angezogen werden. Sie werden dann in ethnischen Gruppen inkarnieren, die der eigenen Schwingung am besten entsprechen. In anderen Worten, die Lebensenergie und Aura einer Person müssen genau mit der des Planeten übereinstimmen. Wenn sich eine Rasse weiterentwickelt verändert sich ihre Schwingungsfrequenz, was bedeutet, dass sie schneller wird. Menschliche Rassen, deren Frequenz nicht mehr in Resonanz mit dem Planeten Erde steht, werden daher zu einem Planeten gebracht, den sie besser entsprechen. Eure Historiker sind von den Hochkulturen der Maie, Azteken, Ägypter, Sumerer, Inka und Weder sehr fasziniert, welche ein unglaubliches Wissen in Bautechnik, Astronomie und Mathematik hatten. Es ist für sie bis heute ein Rätsel, wie diese Zivilisationen scheinbar urplötzlich verschwinden konnten. Tatsächlich sind diese Hochkulturen Beispiele für Rassen, deren Frequenz höher wurde, als die der Erde. Da sie nicht mehr mit der Umgebung übereinstimmten, starben sie entweder früher, zum Beispiel durch Krankheiten, und inkarnierten auf einem Planeten, der besser zu ihnen passte, oder sie wurden dementsprechend physisch zum Beispiel mit Raumschiffen zu solch einem Planeten gebracht. Meist trafen sie dort auf ethnische Gruppen, welche zu dieser Zeit weiterentwickelt waren als sie selbst. Die Nachfahren jener Rassen, die auf der Erde zurückblieben, waren ausschließlich Kreuzungen der Ursprungsrasse mit anderen Einheimischen. Durch die Vermischung der Rassen hatten sie damals noch nicht die richtige Frequenz für diesen Transfer erreicht. Die Erde ihrerseits wurde schon lange vor dem Auftauchen der ersten Menschen von intelligenten Lebewesen besucht und überwacht. Nachdem sich zuerst mindere Rassen von Säugetieren, unter anderem die Primaten, an die Bedingungen der Erde anpassen konnten, wurden menschliche Wesen von Intelligenz und Individualität auf diesen Planeten gebracht um ihn zu besiedeln. Dies war erst möglich, als der Planet die speziellen Voraussetzungen für eine derartige Kolonisation erfüllte. Es gibt kein fehlendes Bindeglied, welches eure Wissenschaftler suchen, da zwischen dem Homo Sapiens und dem Affen keine Verbindung besteht. Zur Zeit der Kolonisierung wurden verschiedene menschliche Rassen automatisch entsprechend ihrer Schwingungsfrequenz in diejenigen Regionen auf eurem Planeten gebracht, die dem Milieu ihres Ursprungsplaneten am ehesten entsprachen. Ende der Botschaft